Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Apple enthüllt Satelliten-iPhone. Blue Origin verliert spektakuläre Rakete im Flug. Rocket Lab startet zu Rekordflug. Thomas Zurbuchen verlässt NASA. Reparaturen an SLS und neuer Starttermin von Artemis 1. Starship testet alle seine Triebwerke und es verdichten sich die Anzeichen für ein Wegwerf-Starship. Das und mehr erklären wir heute. Ich habe eine Woche Urlaub gemacht und so gab es die letzte Woche keine News. Jetzt erstmal die Starts der vergangenen zwei Wochen. Wie immer alle Zeiten nach der aktuellen mitteleuropäischen Zeit. Das ist bis zum 30. Oktober noch Sommerzeit und damit MESZ. Los ging es am Montag, den 5. September mit einem SpaceX-Start von Cape Canaveral aus. Ja, um 4.09 Uhr ist die Falcon 9 mit 51 Starlink-Internetzathleten gestartet. Mit dabei der Veruna-Technologie-Demonstrator von Boeing, der mittels Sherpa SpaceTag seinen Zielorbit erreicht hat. Am 6. September um 6.19 Uhr MESZ hat die China Aerospace Science and Technology Corporation eine lange Marsch 2D von Xichang ausgestartet. An Bord ein Yaogun-Militärsatellit, über den ich leider nicht viel weiß. Auch am 6. September um 4.24 Uhr MESZ hat das chinesische Raketen-Startup SpaceX, äh, X-Pace, eine Feststoff-Kueizhu 1A von Jingquan ausgestartet. Ja, das ist mit dem Namen ein bisschen ungünstig. An Bord zwei Senti-Space-Navigationsathleten. Ein Start, den ich super gerne live gestreamt hätte, aber dann habe ich mich entschieden, hey, Urlaub heißt Urlaub. Mo, du musst auch mal lernen loszulassen. Ja, das war der Ariane 5 Start von Kuru aus. So viele Starts bleiben ja nicht mehr für die alte Dame Ariane 5 und so kann ich nur jedem empfehlen, die Starts soweit das möglich ist mitzunehmen. Besonders gefreut habe ich mich über ein Foto aus Kuru mit etwas Guerilliamarketing für senkrecht Starter. Vielen Dank, Hashtag Team Space. Gestartet ist die Ariane 5 mit EK Plus Oberstufe um 23.45 Uhr MESZ und an Bord war der Eudesat Connect VHTS, der mit 6400 Kilogramm und 8,7 Meter größter und schwerster Satellit, der von Thales Alania Space bisher gebaut wurde. Für ihn ging es in einen geostationären Orbit, aus dem er Teile von Europa und Afrika mit insgesamt 500 Gigabit Daten versorgen kann. Am Sonntag, den 11. September, hat SpaceX um 3.20 Uhr MESZ eine weitere Ladung Starlink Internet-Satelliten gestartet. Startplatz war PET-39A im Kennedy Space Center in Florida. Mit dabei war der Blue Walker 3, Satellit für mobiles Internet auf Handy. Dazu erziehe ich dann aber gleich mehr. Noch ein Start, den ich im Nachgang bereue, nicht live gestreamt zu haben. Der Start von Blue Origins New Shepard 23 am Montag, den 12. September. Ja, dazu mit 16.26 Uhr auch eine perfekte Uhrzeit zum Streamen, zumindest aus deutscher Sicht. Diesmal nicht nur suborbital, sondern auch tatsächlich ein bisschen zu früh gekommen. Gab es ungewollt aber doch eine eindrucksvolle Demonstration des Startabbrustsystems bei MaxU. Dazu aber dann gleich mehr. Am Dienstag, den 13. September, hat die China Aerospace Science and Technology Corporation von Wenchang aus eine Langer Marsch 7a gestartet. Der Start war um 15.18 Uhr MESZ. Was die neueste Generation an Langer Marsch-Raketen, dazu gehört auch die Langer Marsch 7, ausmacht, das erkläre ich in meinem Video über die Langer Marsch-Raketen. Das verlinke ich dir hier. Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub mein erster Arbeitstag und direkt einen schönen Raketenstart im Livestream mitgenommen. Am Donnerstag, den 15. September, ist um 22.30 Uhr MESZ eine Elektron von Rocket Lab senkrecht gestartet. Wir haben uns das mit fast 1000 Raumfahrtbegeisterten hier auf Senkrechtstarter live angesehen. Mittlerweile ist der private Strikes-1-Radarsatellit von Synspective auch auf seinem sonnensynchronen Zielorbit. Bemerkenswert, es war der 30. Elektron-Start und der 300. Einsatz eines 3D-gedruckten Rutherford-Triebwerks von Rocket Lab. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte ein weiterer Starlink-Start von SpaceX erfolgt sein. Mit 53 Satelliten und fast 17 Tonnen Nutzlast ist die Falcon 9 mittlerweile nicht nur eine extrem zuverlässige Rakete, sondern auch eine der stärksten im Einsatz befindlichen. Und das mit Wiederverbindung. Da es ja bekanntlich, die Antwort auf alles ist, sei noch erwähnt, dass es der 42. Start für SpaceX in diesem Jahr wäre. Ich sage wäre, denn der Start wurde die Woche schon zweimal wegen schlechten Wetters verschoben. Der Start ist aktuell geplant für Sonntag, den 18.9. um 2.43 Uhr im ESZ. Während mich die News, dass Starlink zukünftig auch auf dem Handy funktioniert, doch ziemlich überrascht hat, hat mich eine andere News dann nicht so wirklich überrascht. Ja, da ich sie ja auch in den News schon öfter als Gerücht erzählt habe. Apple hat in seinem neuen iPhone einen Not-Service integriert, der über Satellit geht. Dieser Service für das iPhone ist im Gegensatz zu Starlink für Handys direkt verfügbar. Der Service ist aber nochmal abgespeckter, als das, was Elon Musk zusammen mit T-Mobile angekündigt hat. Wenn du dich in einer Notsituation befindest, kannst du einen Multiple-Choice-Test und eine Liste zu einem Notfall ausfüllen und danach durch spezielles Ausrichten Kontakt zu einem Satelliten herstellen, der dann die sehr geringe Datenmenge weiterleiten und im besten Fall für Rettung sorgen kann. Klar, es ist nicht Livestreaming von 4K-Einhalten, aber wenn du der Typ mit dem eingequetschten Arm in der Wüste bist, ja, vielleicht der Unterschied für dein Leben. Ich denke, wir sollten uns jetzt auch einfach darauf einstellen, dass das nur die ersten Vorwehen sind von dem, was uns da erwartet. Ich denke, uns ist allen klar, dass es in Zukunft um sehr viel größere Datenmengen und sehr viele Geschäftsmodelle geht, die wir uns heute noch gar nicht so genau ausmalen können. Und dann in zehn Jahren wird man über uns heute fragen, hey, wieso habt ihr das denn nicht kommen gesehen? Zu der Satelliten-iPhone-News passt der gerade erst von SpaceX gestartete Blue Walker 3-Satellit von AST SpaceMobile. Dieser wird in den kommenden Wochen seine 64 Quadratmeter große Faced Arrays-Antenne ausklappen und dann in den kommenden Wochen mit 4- und 5G-Technik Verbindung zum Mobiltelefon testen. Dafür hat das Unternehmen eine Nutzungserlaubnis in den USA über den Telefonanbieter AT&T von der FCC, die für die Vergabe von Funklizenzen zuständig ist. Satelliteninternet, Konnektivität, das alles sind für mich Schlagworte des NewSpace. Eine Firma, die man da im NewSpace definitiv auf dem Schirm haben sollte, ist Morpheus Space. Die bauen modulare Ionenantriebe und Navigationssysteme für Kleinstsatelliten und sind als Spin-out der TU Dresden entstanden. Gerade hat die News die Runde gemacht, dass in einer Finanzierungsrunde mit 28 Millionen Dollar deutlich mehr Geld als erhofft eingenommen werden konnte. Mit dem Geld soll nun in die weitere Skalierung des Geschäftsmodells investiert werden, unter anderem in eine Fertigung in Dresden. Wenn dich interessiert, wie Ionenantriebe eigentlich funktionieren, schaust du einfach mal in mein Video hier. Ich will nicht sagen, dass mich das geschockt hat, aber doch sehr überrascht. Thomas Zurbuchen verlässt die NASA. Vielen wird Zurbuchen durch den Start und den Betrieb des James-Webb-Teleskops bekannt sein, aber tatsächlich war der gebürtige Schweizer bei der NASA seit 2016 der Wissenschaftschef der NASA. Mir persönlich war er sehr sympathisch und auch Zitate von dem vorgesetzten NASA-Administrator Bill Nelson, der sagte, er habe eine großartige Arbeit gemacht bei der NASA. Ja, und auch Kollegen wie Mike Gold, die sagen, Thomas Zurbuchen sei der unternehmerisch beste Wissenschaftschef in der Geschichte der NASA gewesen. Die lassen so glaube ich durchblicken, dass der wirklich einen guten Job gemacht hat. Warum Zurbuchen der NASA den Rücken kehrt, das ist nicht bekannt. Er selbst sagt, er habe keine unmittelbaren Pläne und wird sich erstmal eine Auszeit nehmen und über die nächste Phase seiner Karriere nachdenken. Also wenn ich Generaldirektor einer europäischen Raumfahrtagentur wäre, würde ich ja dem sofort einen Job anbieten. Apropos NASA, was macht eigentlich die große orange Rakete? Ja, letzter Stand war ja der zweite Startabbruch am 3. September. Wir erinnern uns, einer der Zuleitungen am Quick Disconnect an der SLS-Basis hatte ein Leck. Für mich hat das SLS von Artemis 1 seinen Spitznamen schon weg. Wisst ihr, wie man sie nennt? Sie wird genannt Inkontinenzia. Vielleicht habe ich aber privat auch einfach zu viel mit Windeln gerade zu tun. Wie auch immer. Es geht um die Wasserstoffzuleitung. Da elementarer Wasserstoff als kleinstes Element unglaublich undankbar abzudichten ist, kann man sich vorstellen, dass das kein triviales Problem ist. Besonders wenn es um eine schnelle Kupplung geht, die beim Start in Bruchteilen eine Sekunde gelöst werden muss. In der Fall gibt es schöne Aufnahmen des letzten Ariane 5 Starts. Also bei Ariane Spass hat man das Problem anscheinend gut im Griff. Eric Berger von Ars Technica hat dann auch in der NASA Pressekonferenz und später in einem Artikel genüsslich auseinandergenommen, dass das SLS nur mit Wasserstoff fliegt, weil die Politik das so wollte und nicht, weil es technisch Sinn macht. Dazu hat dann auch Elon Musk auf Twitter seinen Senf dazu gegeben. Und davon berichtet, dass ein Grund für den Wechsel bei Starship von Wasserstoff zu Methan, der nur verschwindend geringe Performance verteilt bei sehr vielen technischen Problemen mit Wasserstoff sei. Apropos Ariane und Wasserstoff, ganz spannend übrigens, dass bei der Ariane 6 Methan als Treibstoff im Gespräch war. Aber soweit ich das zusammenbekomme, wollte die französische Politik das nicht. Aber zurück zum SLS und Artemis 1. Ich persönlich bin fest davon ausgegangen, dass sie das SLS in das VAB, das Vehicle Assembly Building, zurückbringen. Jetzt hat man die Dichtung aber am PET repariert. Ob das erfolgreich war, das soll noch diese Woche ausprobiert werden. Auch ein Grund, warum man die Rakete nicht zurück ins VAB gebracht hat, da man den Test mit cryogenem Wasserstoff nur am PET machen kann. Was man aber nicht am PET 39 Beam machen kann, das ist der Austausch der Batterien des FTS, dem sogenannten Flight Termination System. Das ist im Prinzip eine Bombe, die gezündet wird, falls die Rakete vom Kurs abkommt. Für die Batterien hat die NASA beim SLS eine Betriebserlaubnis von 25 Tagen, was schon länger ist als eigentlich so üblich. Für das nächste Startfenster müsste diese Erlaubnis auf 40 Tage erweitert werden. Ob das passiert, kann ich nicht sagen. In der amerikanischen Presse klingt es so, als wäre es nicht unbedingt eine technische Diskussion, sondern würde eher der Papst das Zölibat abschaffen, als dass die Verantwortlichen die Regeln für das FTS ändern. Der früheste Starttermin ist übrigens aktuell der 27. September, mit einem möglichen Ersatztermin am 2. Oktober. Wobei der Ersatztermin eher unwahrscheinlich ist, da er am 3. Oktober mit der kommerziellen Crew-5-Mission von SpaceX kollidiert. Das ist zwar ein anderer Wochentag, aber die beiden PET-39A und 39B befinden sich in unmittelbarer Nähe voneinander und die Startvorbereitungen könnten sich gegenseitig behindern. Spekulieren wir also mal auf das Startfenster am 27. September. Das öffnet um 17.37 Uhr MSZ und dauert 70 Minuten. Sollte der Start gelingen, würde das Orion-Raumschiff am 5. November zurück im Pazifik landen. Seit bald 22 Jahren ist sie unser Außenposten im All und daher hat die ISS mehr Aufmerksamkeit von Senkrechtstleiter verdient als bisher. Schöne Neuigkeit für uns Europäer. Samantha Cristoforetti wird die erste weibliche Kommandantin der ISS aus Europa. Da anders als ursprünglich geplant die Soyuz vor der nächsten vermannten Dragon starten soll, wird nun am 28. September für einige Wochen die europäische ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti die neue ISS-Kommandantin. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass der Falcon 9-Booster für die Crew-5-Mission ja versehentlich eine Brücke geknutscht hat. Daher auch von mir der Spitzname Jeff Bridges. Diese neue leitende Funktion wird Samantha jedoch nicht lange innehaben. Sollte der Start der nächsten bemannten Dragon-Kapsel mit der Crew-5-Mission am 3. Oktober pünktlich starten und dann am 4. Oktober an der ISS ankommen, wird die alte Crew-4-Besatzung mit Samantha zurück zur Erde verlegen. Mein ISS-Reboost-Video ist das meistgesehenste Senkrechtstarter-Video überhaupt und daher vermutlich für euch auch interessant, dass am 25. August sowie am 15. September die Triebwerke des Progress MS-20 gefeuert haben und so den Orbit der ISS um je 1,2 Kilometer anhoben. Diese Orbit-Anpassung der ISS war als Vorbereitung auf den Start der kommenden ISS-Besatzung mit Soyuz MS-22 notwendig. Hintergrund der Orbit der ISS muss vor dem Start jeder Soyuz angepasst werden, damit diese innerhalb von zwei Orbits, also drei Stunden nach dem Start, bereits mit der ISS docken kann. Mein Video zum ISS-Reboost, das findest du übrigens hier. Die Blue Origin Suborbital-Rakete New Shepard hatte ihren ersten Zwischenfall seit dem Erstflug am 29. April 2015. Bei dem aktuellen Flug am Montag, den 12. September, ist nur etwa eine Minute nach dem Start der Flug abgebrochen worden. Ich gehe davon aus, dass das automatisiert durch die Rakete ausgelöst wurde. Scott Manley hat das in seinem Video auch schon analysiert und spekuliert darauf, dass es ein Triebwerksproblem gab, da kurz vor dem Zwischenfall das Abgas Veränderung durchlaufen hat. Es könnten seiner Meinung nach Triebwerksbestandteile gewesen sein, die zu der Abweichung geführt haben, scherzhaft auch triebwerksreiche Verbrennung genannt. Nur kurz darauf zündete die Kapsel der New Shepard ihr Startabbruch-Triebwerk bei etwa T plus 65 Sekunden im Flug. Durch den Feststoffmotor wurde die Kapsel dann von ihrem Booster weggeschossen. Dabei beschleunigte dieser Feststoffmotor die Kapsel auf gut nochmal 160 Kilometer pro Stunde schneller als vor der Trennung, wurde dann aber durch den Luftwiderstand sehr schnell langsamer und begann ihren Rückflug zur Erde. Die Kapsel landete dann sicher an ihrem Fallschirm und Blue Origin bestätigte später, dass der Booster zerstört wurde. Blue Origin selbst sagt weiter, es sei noch zu früh, um anzunehmen, dass es etwas mit dem Triebwerk zu tun hatte. Das BE-3-Triebwerk läuft ja mit Wasserstoff und Sauerstoff in dem eher untypischen Tap-off-Cycle, bei dem die Energie für die Turbopumpen direkt aus der Hauptbrennkammer kommt. Blue Origin betont natürlich den Erfolg des Rettungssystems, das es der Kapsel und den über 30 Forschungsnutzlasten an Bord ermöglicht hat, sicher zu landen. Wir erinnern uns, Blue Origin befördert mit der New Shepard ja auch Touristen und da wird bestimmt der ein oder andere seine Flugpläne überdenken. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration erklärte jedenfalls am 12. September, sie habe eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet. Kommen wir zu den SpaceX News. Wie SpaceNews.com berichtet, sagte der SpaceX-Vertriebschef Tom Ocknerow, dass der erste Orbitalflug der wiederverwendbaren Trägerrakete Starship des Unternehmens innerhalb des nächsten Jahres stattfinden wird. Und weiter, dass man irgendwann im nächsten Jahr mit Starship dann im Orbit sein wird. Das deckt sich auch mit dem Tweet von Elon Musk vom 2. August, in dem er die erste erfolgreiche Starship-Mission in den nächsten 1-12 Monaten angekündigt hat. Wie ich durch meine Raketen-Livestreams ja hautnah mitbekomme, wird die Startkadenz der Falcon 9 gerade auf ein ganz neues Level gebracht. Hierzu meinte Ocknerow sogar weiter, sie wollen in diesem Jahr auf etwas mehr als 60 Starts kommen. Weiter, dass sie diesen Rekord nächstes Jahr noch deutlich übertreffen werden. Hier bestätigte er auch nochmal die geplante Zahl von 100 Starts pro Jahr. Das ist schon crazy. Dieser Zeitplan beinhaltet 6 Starts in den nächsten 12 Monaten mit einer Falcon Heavy. Das kann ich ja kaum erwarten, weil ich noch nie einen live gestreamt habe. Außerdem interessant, Ocknerow spricht davon, man wolle eine Zeit lang Starship und Falcon 9 und Heavy parallel einsetzen und die Kunden entscheiden lassen, wo sie lieber fliegen. Das Starship-Testprogramm ist ja seit Wochen endlich wieder in der heißen Phase. Aktuell kann man fast täglich Tests verfolgen. Ich gebe zu, ich verliere da mittlerweile den Überblick. Ein paar, wie ich finde, bemerkenswerte Ereignisse betreffen Booster 7 und Starship 24. Einer der beeindruckendsten Tests der letzten Wochen war mit Sicherheit der 6-Triebwerkstest von Starship 24. Er fand am 8. September statt und hier wurden bemerkenswerterweise sowohl die Sea-Level-Raptoren als auch die drei Vakuum-Raptoren getestet. Worin der Unterschied besteht und warum es Sinn macht, Triebwerke auf unterschiedliche Betriebsbedingungen auszulegen, das erkläre ich in meinem Video über Raketendüsen. Das verlinke ich dir hier. Der 6-Sekunden-Static-Fire-Test von Starship 24 mit 6 Triebwerken am 8. September war extrem imposant. Ich empfehle, schaut euch das auf NASA Space Flight in voller Pracht an. Bemerkenswertes Detail, die kurze Feuerwalze setzte mehrere Büsche in Brand und die örtliche Feuerwehr rückte an, um den Brand zu kontrollieren. Da das Gelände von einem Sumpf umgeben ist und eine Ausbreitung vermutlich nicht sehr wahrscheinlich war, beschränkten sie sich darauf, so ein paar kontrollierte Brände zu legen, um dem Feuer die Nahrung zu entziehen. Aber das war nicht das einzige Spannende an dem Tag. Wie ich schon in den letzten News berichtet habe, fährt SpaceX ja eine Doppeltest-Strategie. Das heißt, man nutzt die Sperrung und Informationen an die Anwohner und Behörden, um sowohl Ship 24 als auch Booster 7 zu testen. Auch wenn die eigentlichen Tests nur wenige Sekunden dauern, ist ja die Logistik dieser Tests sehr, sehr zeitaufwendig und absolut nachvollziehbar, dass man da den beschränkenden Faktor, die Testzeit, bestmöglich nutzen möchte. An Booster 7 wurde an diesem Tag ein sogenannter Spin-Prime-Test der Triebwerkspumpen durchgeführt. Ein Wort, das ich auch erst in dieser Testkampagne gelernt habe. Bei einem Vorläufer dieses Tests kam es ja zu der unkontrollierten Explosion. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das nun vermieden, da man das Methan bei diesen Tests gesammelt abführt und nicht am Booster frei werden lässt. Ein weiterer Spin-Prime-Test der 33 Triebwerke an Booster 7 fand dann am 12. September statt. Vermutlich werden neben diesen Spin-Prime-Tests noch mehrere Tests mit kleineren Gruppen von Triebwerken folgen, bevor wir einen Test mit allen 33 Triebwerken am Booster sehen werden. Ein erfolgreicher Static-Fire aller 33 Triebwerke, ja, das wird dann endlich ankündigen. Wir sind wirklich kurz vor einem Orbitalflug. Testversuch. Und wenn Booster 7 platzt, Booster 8 wird ja bereits für mögliche Tests vorbereitet. Wie Felix in seiner letzten Whataboutit-Episode berichtet hat, verdichten sich ja die Anzeichen, dass Starship 26 ohne Hitzeschutzkacheln ausgestattet wird. Das schlägt natürlich ganz schön Wellen. Seit Jahren erzählt ja Elon Musk etwas von vollständiger Wiederverwendbarkeit und jetzt doch kein Hitzeschild? Ich lehne mich da mal weit aus dem Fenster und sage, ein Starship, das kein Hitzeschild hat, das wird nach einem Orbitalflug nie wieder zur Erde zurückkehren. Wenn dich das Thema Hitzeschild mehr interessiert, mein Video über das Starship-Hitzeschild und aus was für Material es besteht, gehört zu den besten Episoden auf Senkrechtstarter. Verlinke ich dir hier. Für mich steht wie gesagt fest, Starship ohne Hitzeschild, das kommt nicht wieder zurück. Das könnte jetzt bedeuten, dass sie Wegwerfe-Oberstufen bauen, um Starlink 2.0 in den Orbit zu bringen. Warum? Weil vielleicht die Nachfrage oder die Strategie hinter Starlink das zeitnah erforderlich macht, aber das Starship-Programm eben noch nicht so weit ist, um das in vollständiger Wiederfindung zu tun. Eine andere externe Randbedingung könnte das HLS-Programm der NASA sein. Es kann gut sein, dass jetzt, wo mit Artemis 1 Zug in das Mondprogramm der NASA kommt, SpaceX Meilenstein erreichen muss oder möchte. Und das HLS wird ja als Mondlandefähre keinen Hitzeschild benötigen. Was es dafür aber zwingend benötigt, ist eine On-Orbit-Betankung. Es könnte also entweder darum gehen, Prototypen des HLS vorzeitig für die NASA zu testen oder eine Orbital-Tankstelle zu testen. Auch diese müsste ja nicht wieder heil zur Erde zurück. Auch wären einmal Tanker denkbar, die das nötige Delta-V in Form von Treibstoff in den Orbit bringen, aber danach in der Atmosphäre verglühen sollen. Ich bin mir ziemlich sicher, SpaceX und Elon Musk halten weiter an der vollständigen Wiederverwendbarkeit fest. Das brauchen die ja auch für den Mars. Ich halte es aber tatsächlich für wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Starship-Transportleistung, ob durch SpaceX oder extern, jetzt schon so hoch ist, dass ein Wegwerf Starship aktuell als Zwischenschritt für SpaceX Sinn macht. Reine Spekulation, wie gesagt, aber ja, ist einfach ein sehr spannendes Thema. Dazu passt übrigens die Aussage von Elon Musk, der bei der Bekanntgabe der Kooperation mit T-Mobile und Starlink sagte, dass man an einer Zwischenlösung arbeitet, falls Starship noch nicht vollständig einsatzbereit sei, um Starlink 2.0 in den Orbit zu bringen. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Auch die Starts der kommenden Woche sind nach der aktuellen mitteleuropäischen Zeit, das ist bis zum 30. Oktober, wie gesagt, die Sommerzeit und damit MESZ. Am Montag, den 19. September, könnte es einen Raketenschmankerl geben. Von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien plant Firefly einen Start seiner Alpha-Rakete. Das wäre dann der zweite Start und vielleicht ja der erste erfolgreiche in den Orbit. Der Start wird von Everyday Astronaut gestreamt und damit mit Sicherheit ein hervorragendes Start übertragen. Wann es losgeht, da schaut ihr am besten auf Everyday Astronaut. Auch SpaceX startet am Montag, den 19. September, und zwar eine weitere Ladung Starlink Internet-Satelliten. Geplante Startzeit ist 19.56 Uhr MESZ und damit hervorragend für uns zum Livestreamen. Also gern vorbeischauen. Am Mittwoch, den 21. September, startet Russland von Baikonur aus eine Crewmission zur ISS. Gestartet wird, wie alle russischen Starts, zur ISS von Baikonur aus. Das geplante Startzeit ist 15.54 Uhr MESZ. Ein Start, den ich kaum erwarten kann, ist der einer Delta IV Heavy. Der liegt mit Samstagabend, den 24. September, um 22.50 Uhr MESZ auch super für uns zum Livestream. Sehr lange wird sie nicht mehr fliegen. Es sind mit diesem Start dann nur noch drei Starts dieser Heavy-Metal-Rakete vor der Außer-Dienststellung geplant. Und es gibt einige Besonderheiten, die es sich lohnt anzusehen. Also unbedingt reinschalten. Wenn du diesen und kommende Livestreams von mir nicht verpassen möchtest, dann am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit du von YouTube benachrichtigt wirst, wenn ich dann live gehe. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist insgesamt ja keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden, hintergrundwissend für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei meinen Schutzengeln bedanken, die mich durch ihre monetäre Unterstützung unterstützen und diesen Kanal möglich machen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten größten Sprünge da draußen unternehmen. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, immer schön weg, bleiben. , bleiben, bleiben, bleiben.